Diese zum Kauf angebotene Verkaufsfläche liegt in Berlin-Prenzlauer Berg. Die im Jahr 1910 erbaute Verkaufsfläche wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt weist eine Verkaufsfläche von ca. 86 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 365.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017